servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen test video heute für euch im test die pod splits von veco 40 sekunden brenndauer ja neem liegt hier bei 50 gramm gekauft habe ich das ganze für 2 euro 99 bei penny das ganze ist wirklich top aktuell merkt man daran dass wir hier so einen pappdeckel haben die man vorher noch entfernen muss ich bin mal sehr gespannt wie die batterie jetzt vom effekt her ist ich vermute tatsächlich dass es eine umlabelung der wunder wird sie ist mal schauen also ich bin auf jeden fall optimistisch 40 sekunden brenner für 290 ist auf jeden fall ganz okay da wird ordentlich was rauskommen denke ich aus diesem teil und dann ja ich liebe leuchtfeuerwerk sowieso muss man dazu sagen und dann hätte ich gesagt starten jetzt einfach mal pod splits von veco viel spaß pod splits von veco auch echt schön doch mal was anderes finde ich echt cool hat mir sehr gut gefallen ich hoffe euch hat das video gefallen bis zum nächsten mal büros tschau macht's gut